Durch das Weib kam die Sünde auf die Welt, denn das Weib ist die Sünde. Ja, sie hat oft geredet. Und warum sagt sie jetzt vor Gericht nicht aus? Weil sie einen stummen Geist hat. Sie hat zwei Geister. Sie hat einen stummen Geist, wie wir es nennen, und einen Gespräch. Woher weißt du das? Das hat der große Geist gesagt, Martin. Bist du bereit dafür zu leben und zu sterben? Nein, das kann ich. Ich bin bereit zu leben und zu sterben.